Der Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb ist ein Dokument der Unehrlichkeit und der sozialen Kälte. Unehrlich ist er, weil er Vermögen und Reiche beschenkt, zu Lasten der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Von den Steuergeschenken profitieren vor allem die Bessergestellten. Die ärmsten Familien, die in Hartz IV leben, gehen zum Beispiel bei der Erhöhung des Kindergeldes wieder leer aus. Wie ihre Vorgänger bekämpft diese Regierung nicht Armut und Arbeitslosigkeit, sondern Arme und Arbeitslose. Löhne von 2 Euro die Stunde sind für diese Koalition offenbar nicht sittenwidrig. Erneut werden uns gescheiterte neoliberale Konzepte vorgesetzt. Wieder gibt es Steuergeschenke für die Wirtschaft. Seit 2000 sind die Steuern für Unternehmen mehrfach gesenkt worden. Mehr Investitionen und Arbeitsplätze brachte das nicht. Im Gegenteil. Mit den Gewinnen wurden die Finanzmärkte aufgeheizt. Daraus hat auch diese Koalition nichts gelernt. Eine wirksame Kontrolle der Banken, der Hedgefonds und Zweckgesellschaften wird es auch künftig nicht geben. So werden auf der einen Seite hunderte Milliarden Steuergeld verbrannt. Auf der anderen Seite steigen die Schulden der Bundesrepublik auf unvorstellbare zwei Billionen Euro. Das ist eine finanzpolitische Horrorfahrt. Wer die Kosten dieser Schuldenpolitik bezahlen soll, das zeichnet sich schon jetzt ab. Zahlen sollen die Bürgerinnen und Bürger, wenn kommunale Unternehmen die volle Umsatzsteuer zum Beispiel für die Wasserversorgung berechnen müssen. Zahlen sollen die Patienten mit höheren Beiträgen zur Gesundheitsversorgung. Zahlen sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer privaten Zwangsversicherung zur Pflege. Und Zahlen sollen auch Studentinnen und Studenten. Statt Chancengleichheit durch ein verbessertes BAföG gibt es mehr Stipendien für die Elite. Selbst bei Hartz-IV-Empfängern, die schon jetzt massenhaft in Armut leben, entdeckt die Koalition noch Einsparmöglichkeiten. Die pauschale Bezahlung der Wohn- und Heizkosten wird mehr Obdachlosigkeit erzeugen. Und kräftig gestrichen wird auch bei der Bundesagentur für Arbeit. Und hier gerade bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Und dabei kommt es in der Krise gerade darauf an, Arbeitsplätze zu schaffen. So fordert die Linke, den Kommunalkombi zu einer wirksamen öffentlichen Beschäftigung auszubauen, indem menschenwürdige Löhne gezahlt werden. Der abenteuerlichen Finanzpolitik von Schwarz-Gelb setzt die Linke ihren Vorschlag für ein gerechtes Steuersystem entgegen. Mehr denn je brauchen wir eine Vermögenssteuer, einen höheren Spitzensteuersatz, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine wirksame Börsenumsatzsteuer. Wir bleiben dabei. Soziale Gerechtigkeit ist finanzierbar.